Wir können sonst like a boss schauen, like a boss, complication, complication, genau, wieder die Frage an euch, was wollt ihr sehen, schreibe es in den Chat. Das oberste, ja, dann lass doch das mal ganz kurz anschauen, hier, let's go, ach, Werbung, ha, mein Candy, yo, nature, nice, muss ich leiser machen, geht gar nicht. Boah, wie weit ist der geflogen? Wie viel Schilds, ich weiß nicht. Ach, er wefft den Dreier. Das finde ich nicht geil. Und, boah, nice, krass. Lol, rückwärts das auch noch. Let's go. Cool. Nice. Danke für den Sub. Boah, shit. Nice. Das war nicht schlecht. Das zeigt mir. Das ist sein Gesicht. Boah. Man sieht mich, ah doch. Hä? Nee. Absurd los. Check ich nicht. bis auf 1080 braucht man nicht was ist das für eine qualität 80 ja okay ach die macht es mit dem daumen Ich mach das mit dem Daumen Digga das Mikrofon ist absolut laut Nicht schlecht Ins Gesicht geschossen alter Oh Na 100% kalt gepresstes Mandelöl für voluminöses Haar und gepflegte Haut Naturebox jetzt neu Jetzt neu Wie kann man das ein bisschen schreck HWAAH HÄH Wie kann man das so gut alter Ah den hab ich gesehen der ist für RedBull Ich weiß nicht wie oft ich Nice sage in diesem Clip Video, keine Ahnung. Deva by American Got Talent, they can't save us. Nice. Nice. Schon wieder Nice gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Boah. Stark. Ja. 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 Hä? Ja. 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 Krank. Ja. 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 Okej. Ich weiss jetzt was da dann so krass sein soll, die Zahlen rum oder? Das finde ich halt nicht unterhalten, ne? Ich weiss jetzt nicht mehr, die Zahlen rum, 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 die Zahlen rum! Das war die Zahlen rum. Er ging durch die Barrikaden, seht das, als er ständigt, er hat ihn zu lassen, er hat keine Hand in zu lassen. Äh, ja gut, was wollt ihr erst in die nächste schauen, oder soll ich wieder anfangen zu zogen? Ihr dürft entscheiden, ihr dürft es entscheiden. Ja, sonst sagt man einfach rein, was ihr machen wollt. Ja, wir können sonst gerne noch, äh, einschauen wir noch und dann zocken, ok? Ja, machen wir das doch so. Gut, dann werden wir das nochmal so... Jawohl, habt ihr wirklich...